Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge SOMA. So, wir haben die Arsche losgeschickt, die ist jetzt auf dem Weg und wir versuchen jetzt dahinterher zu kommen und hoffen, dass wir das hinbekommen. Wir sind schon wieder irgendwo. Und ich habe keine Ahnung wo. Wir versuchen jetzt hier irgendwie zu versuchen, einen Weg zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Ah, es sieht so aus, oder? Guck mal. Das sieht doch alles ganz gut aus, was wir hier machen. Hoffentlich. So, das ist jetzt... Man kann auch nicht so viel falsch machen gerade. Wir laufen hier nur diesen Tunnel lang, ne? Also, wenn man das Tunnel nennen möchte. Okay. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Oh, warte, ich habe es mir gerade ein bisschen zu leise gemacht. So. Können wir hier irgendwas noch machen? Nee, ne? Oh. Was, was? Da geht es offenbar... Wartet. Was? Hier ist nichts, ne? Sehe ich richtig. Hier ist nichts. Okay. Okay. Wollte schon sagen, hä? Ich frage mich, warum man es aufmachen konnte, aber hey. Ist okay. Hier kann uns doch nichts mehr passieren, oder? Hier ist bestimmt gar nichts, was uns tot sehen möchte. Niemals. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Hier ist bestimmt total ruhig und schön. Ja. Kriegen wir das auf? Oh, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Asche ist, ne? Das ist jetzt die Frage. Wo ist sie hingebracht worden? Sag mal, hier irgendwas Spannendes noch? Oh, müssen wir da lang? Oder müssen wir da lang? Ich weiß es nicht. Wir gehen das erste Mal da lang, oder? Vielleicht ist da noch was. Vielleicht aber halt auch nicht okay. Das ist gut. Das ist gut. Da ist gar nichts. Gehen wir zurück. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ist mir zu ruhig hier tatsächlich. Findet ihr nicht auch? Irgendwie... Irgendwie ist es zu ruhig. Kann ich mit Catherine reden? Vielleicht ein bisschen. Hallo? Catherine! Ich freue mich, wenn wir sie irgendwo anstecken können. Das wäre... Das wäre voll nett. So, ich habe doch hier noch meine Taschenlampe. Gut, dass ich mich daran erinnern kann. Gefüh... Ich habe ein Déjà-vu. Habt ihr auch ein Déjà-vu? Das war's für mich, die WoW will have in itself. Was bist du? Als schnell ich bin, die Omikron, ich versuchte ihnen die Toxin, die die WoW will mit ihr. Aber sie haben nicht verstanden. Sie haben es in der Kabinette, und es ist so infuriating. Sie haben es geholfen, zu Alpha, die Fountainhead der Misere, die wir geholfen haben. Und dann, die Frau, hat sie herausgefunden. Sie haben es geholfen. Oh, Gott, okay, wow, ja, 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 okay. Okay, interessant, interessant, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst, ne, das muss sich erst mal irgendwie setzen, diese Information, was ist das Herz, ja. Okay. Das sieht, das sieht halt aus wie so ein Poppes, ne. So wie so ein... Ja, okay, ich mach schon, ich mach, ich mach, okay, ich mach. Das sieht eklig aus, Mann. Hat's geklappt? Boah, wie eklig. Oh, oh. Ähm, was war denn das? Was war das? Was passiert denn hier gerade? Oh, mein Gott. Oh, da können wir... Kann ich gehen, bitte? Buh, 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 lass mich hier raus. Ah, schnell, schnell, geh, Simon, geh. Hey, ich weiß doch nicht, was passiert gerade. Geht. Okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir können rennen, wir rennen. Juppa, papa. Simon, du schaffst es, oh. Juppa, 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 dreh dich um, Simon, dreh dich um. Lauf, lauf, lauf. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir, wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Wir, wir müssen uns beeilen. Ich gucke nicht zurück, nein. Nein, nein, nein. Das ist so ein komischer Wurm. Der ist aber so kurz, sieht komisch aus, ne? Geil, wir laufen. Wir laufen schneller, immer den Lichtern hinterher. Oh. Vielleicht hätte ich bei den Lichtern bleiben sollen. Simon. Simon. Simon, leben wir noch? Wir leben noch. Aber wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Simon. Simon, geh weiter. Ich muss zum Licht. Wir müssen zum Licht. Ich habe keine Ahnung, was tun soll. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Sollen wir da lang gehen? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hat mich gestriffen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich versuche jetzt einfach wegzukommen. Ich habe aber das Gefühl, ich packe es nicht. Ich will nur zum Licht. 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 Zum Licht. Zum Licht, Simon. Zum Licht, Simon. Please. Zum Licht, 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 zum Licht. Ich war beim Licht, Mann. Wo bringt es mich denn hin? Bin ich richtig? Das ist wie so ein Taxi jetzt für mich, ja? Ich habe keine Ahnung. Da, er hat es uns hingebracht. Da muss ich hin. Lass mich runter. Lass mich runter, bitte. Ich weiß nicht, muss ich was tun? Ich kann nichts tun, glaube ich. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Das dauert so lang. Ich kann leider nichts drücken. Ich drücke Knöpfe. Ich drücke Knöpfe. Okay, wir sind da. Simon macht Schuch. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Simon, du bist der Krasseste. Simon, wir können das schaffen. Mach das Ding auf. Lass mich da nennen. Lass mich da rein. Nein. Okay. Okay. Rein, 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 rein. Schnell, schnell, schnell. Simon, beeil dich. Mach hier den. Okay. Wir haben es überlebt. Keine Ahnung wie. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Wir können da nichts machen. Wir müssen jetzt wieder abwarten. Das war alles mehr als nur komisch. Das, ich weiß nicht, ich weiß, aber das sollte anscheinend so sein. Das war alles richtig so. Möglicherweise. Oh, oh, es lädt. Okay. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Können wir uns heilen? Können wir nochmal unsere Hand wo reinstecken? Ich auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist zu. Was ist das? Service Area. Okay. Ist nur ein Gang. Oh. Okay, da können wir, da können wir das Omnitool. Ich glaube, das müssen wir auch. Okay. 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 Okay, du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Okay. So, wir gucken uns mal um. Können wir erstmal hier gucken? Ist das jetzt offen? So, hier ist schon mal nix. Ich suche nur Heilung, damit wir wieder, damit wir wieder gerade ausgucken können. Das ist eine Toilette. Das sieht mir nach... Ah, guck da. Klos sind immer gut zum Heilen. Sehr gut. Der andere Arm noch schön, schön. Okay. Das wollte ich. Ja, ich glaube auch, Simon. Es war nur ein Tag? Ich habe keine Ahnung. Unsere Zeit zusammen ist ein wunderschörendes Moment für mich. Welche Zeit ist es dann? Welcher Tag? Es ist May 11. 21.04. 3.30 Uhr. Aber ich erinnere mich nicht, wann wir angefangen haben. Hm. Was haben wir da? Ration bereits nach Tau verlegt. Seht zu, dass ihr hierher zurückkommt, wenn ihr Hunger habt. Kowski. Gibt's hier was zu essen? Gibt's hier irgendwas spannendes? Ich guck mich jetzt einfach noch ein bisschen um. Vielleicht... Oh. Mhm. Du bist Simon. Du bist Simon Jared. Launch Dome, das klingt gut. Loading Dock, das klingt besser. Wir gehen zum Loading Dock, da müsste er jetzt angekommen sein. So, rein logisch, ne? Ich mag's, dass es hier so schön ruhig ist nach oben. Ja, stimmt. Oh, noch was zu meinen. Das brauchen wir wohl. Wir nehmen's mal mit. Da ist noch ne Heilung. Das hab ich direkt gesehen. Das find ich voll toll. Die behalten wir uns da auf jeden Fall. Da können wir das Ding reinstecken bestimmt. Wir machen das mal. Einfach mal bisschen... bisschen gemütlich umgucken, oder? Ohne Stress. Hoffentlich. Weil da nichts... Oh, da ist es! Wir haben's! Alright. We found the Ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into a shell. So, ich beeil mich mal hier ein bisschen. Superschnell sind wir eh nicht unterwegs. Jetzt waren wir da hinten gar nicht mehr drin, ne? Können wir da... können wir da gucken? Irgendwie muss ich da jetzt auch hier wieder hochkommen. Und jetzt? Brauchen wir da... Den Akku... Waren wir doch ganz richtig von der Reihenfolge. Das ist gut. So, dann... Begib dich mal dem Akku holen. So. Vielen Dank. Und dann hier rüber. Oh, da liegt ja wer. Oh, da liegt ja wer. Ach. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars? Remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here. And we don't have to risk the Ark being shot through 5.000 meters of broken barrel and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stab all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine, it's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project. My Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine... Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Catherine. Don't worry. It's better this way. Huh? Sie... Sie haben sie erschlagen mit nem Schraubenschlüssel. Hmm. Yeah? Yeah? Okay. Ach, man. Das ist so spannend, ne? Das ist so spannend. Wie... Wir schaffen's einfach. Wie können sie mich töten? Catherine. Ich weiß, ich bin nicht eine einfache Person. Ich dachte, sie haben mich vertraut. Komm mal. Das mach dir selbst nicht. Okay, hi Catherine. Soll ich dich mitnehmen? Oder... gehe ich da ohne dich? Oh. 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 Okay. 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 Das klappt alles so viel besser als gedacht, ne? Wir können hier noch was lesen. Das machen wir, oder? Wir lesen es noch und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge... nämlich... gucken, dass wir die Arsche ins All bekommen. Aber dann gucken wir uns erstmal das an. Okay, wo sind wir? Wir sind da und wir gehen jetzt dann... Ja, irgendwie so. Was weiß ich. Mhm. Das war's? Okay. Tunnel transport... Okay, wir sehen immer nur, nicht so viel... Personalaktivität. Okay, Start der Arsche, ein letzter Besuch. Sagt mir jetzt auch alles nicht so viel? Ich dachte, wir könnten jetzt hier richtig cool was angucken. Aber irgendwie können wir das nicht. Wir können hier nichts lesen. Keine Ahnung, mir sagt das alles nichts. Nach zehn Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Vic O'Claire, okay. Was anderes haben wir hier nicht. Können wir sonst nichts hier machen, oder was? Können wir sonst... Haben wir, haben wir, haben wir, können wir... Jo. Hier haben wir auch nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich sage hier... Wir machen es mal, wie ich es sonst immer mache. Ich sage mal hier Tschüss. Und wenn es aber nicht mehr so lange geht, dann läuft es jetzt einfach nahtlos weiter. Okay? Machen wir das so. Also, wenn es jetzt zu Ende ist, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi! 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 Vielen Dank.